Mian, ich bin's wieder, Kezuna Ihara, hier mit meinem Let's Play von Shantae. Gerade haben wir ein sehr, sehr nettes Mädel kennengelernt, Sky, und sie hilft uns dabei, zu einer Mine zu kommen, indem wir den nächsten Stein finden könnten. In... müssen zurück in die Wüste, meinte sie. Ähm... und dann Ausschau halten nach dem Vogel. So, aber ich seh den gerade nicht. Vogel, wo bist du? Ernsthaft, ich seh gerade den Vogel nicht, oder gehe ich jetzt den falschen Weg? Ach, jeder, diese Kaktin. Ja, komm. Komm, den kann ich töten, weil ich's kann. Dead Logik. Ich kann den töten, weil ich's kann. Natürlich töte ich den, weil ich's kann. Was soll ich denn sonst mit diesem Vieh? Der kann so schöne Sachen droppen. Aber ich... ich wundere mich gerade, warum ich diesen einen Vogel jetzt nicht sehe. Sie meinte von wegen, halt Ausschau nach dem Vogel. Vielleicht gehe ich doch den falschen Weg entlang. Alter, diese Zuckungen müssen nicht sein. Mitten in der Aufnahme so, äh, unterbrochen zu werden. Autsch! Oh, come on. Vielleicht muss ich auch schon wieder Schluss machen. Ähm. I hope not. Ähm. Ja, komm. Verreck. Erstmal abdancen und mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist... Fände ich jetzt so den Vogel wieder. Oder ist er am besten gar nicht da? Ne, ernsthaft? Ich weiß nicht, wo der Vogel ist. Autsch. Hm. Also nochmal zurück. Uah. Und bloß nicht von den... von den Kaktussen da... erwischen lassen. Also ich find... Ich seh den Vogel jetzt nicht. Äh. Ich tue erstmal hier nochmal ins Badehaus reingehen. Und ich frag am besten Sky nochmal. Also... Head for the Desert and watch for Ren. Also... Ja, geh in die Wüste. Soll ich hier in die andere Richtung? Oh. Also diese Biester sind... ekelhaft. Ja, diese Biester sind definitiv ekelhaft. Miep. Vielleicht gehe ich auch wirklich total falsch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe falsch. Okay. Bis die Tage, Jungs. Tschüss. Okay, jetzt muss ich erstmal nochmal danzen. Warte deines Amtes, braune Affe. Ja. So. I'm back, bitches. Also, definitiv hier nicht. Ähm. Ja. Nochmal abbaden. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Also muss ich durch die Wüste. Alles klar. So war das korrekt. Äh. Na gut. Dann machen wir das. Und nochmal hier dieses komische Ding kaputt machen. Kennen wir. Ja, toll. Und da droppst du ein Herz. Ist richtig dummes Vieh. Ekelhaftes Scheißvieh. Sehr schön. So. Ekelhaftes Vieh. Verweg. Du auch. Ich mag keiner. Niemand mag dich. Du bist voll der Außenseiter. Auch in der Schule. Warst du auch voll der Außenseiter. Niemand hat dich geliebt. Aua. Scheiß Kaktusse. So. Ähm. Dich überspringe ich einfach gekonnt. Kann ich ja. Aua. Aua. Komm. Verreck. Lass dich von meinen Haaren peitschen. Dann geben wir mal diese Leiter runter. Aua. Forget it. Mit euch lege ich mich nicht an. Ja. Ja. Invincibility frame FTB. Hoppala. Habe ich gerade Scheiße gebaut? Hm. So, hier lang. Okay, wovon kommen jetzt schon wieder diese dämlichen Zuckungen? Verreckt, du blöde Schlangenfrau. Genau, spring doch nochmal hoch. Oder auch nicht, oder lass es sein und sterb. Ist beides gut. Gehen wir mal diese Richtung. Wo hier? Ah! Du Penner! Was fällt dir ein? Dummes Vieh. Hältst dich für so toll, nur weil du deinen Schwanz in den Sand vergraben kannst. Du Hässlichen. Ähm, das war... Okay, das war nur ein... Nur so eine fette Fledermaus. So, schöner Savepoint, by the way. Ja. Nicht dieses eklige Scheißvieh. Verreck. Verreck. Verreck einfach. Verreck einfach. Verreck einfach. Verreck einfach. Verreck einfach. Verreck einfach. So. So gefällst du mir. Tod. Ah, schön den Savepoint ausnutzen. Und schlagen, 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 schlagen. So ist das gut. An der Kaktusse vorbei. Oh, hier ist der Vogel. Tome. Was ist der Vogel? da? Okay. Oh, brav. Braves Tier. Ohne Scheiß, ich mag dich. Oh, und jetzt sind wir schon im nächsten Tempel. Wenn ich das jetzt mal... Wieso denke ich gerade so Legend of Zelda-like? Kann ich das eigentlich kaputt hauen? Nein. Oha! Okay, ich ignoriere dich einfach. Tschüss! Okay, das heißt, jetzt wird's interessant. Das ist... Nein! Da war noch... Oh, Money. Sehr schön. Au. Hab dich nicht bemerkt. So, Money. Gefällt mir. Und noch ein paar Herzen. Okay, ich kann hier nicht lang. Warum auch immer. Spiel sagt Nein. Du älteres Scheißvieh. Danke. Ähm. Gehen wir mal so. Danke. Gehen wir mal so. Das ist cool. Das ist geil. Gucken wir mal. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. What the fuck? Wieso geht's hier überall nicht weiter? Da ist ein Oktopus. Hm. Hier ist ein Schloss. Da ist ein Schloss. Komm ich überall nicht weiter. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Macht's mir Schaden? Ich weiß jetzt gerade nicht. Hat es mir Schaden gemacht? Oh Gott, was ist das denn? Es tötet mich instant. Okay. Alles klar. Okay. Und ich bin gleich Game Over. Ja toll. Was ist das? Oh. Oh. Okay. Hm. Frag mich aber gerade, was hier dieses eine Ding da sein soll. Oh. 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 Wie soll ich denn das machen, liebe Leute? Was ist das denn auch wieder, bitteschön? Naja, wir sehen uns an dieser Stelle gleich wieder. Super. Alles, was ich machen musste, ist dieser einen... einen Viecher, die hier sind, zu töten und dann weitergehen. Ja, toll. Spiel. Spiel liebt es mal wieder, mich zu verarschen. Oh. Oh. Level up. So, jetzt trage ich mich, wofür das gut ist. Dann wieder zurück. Und was soll ich jetzt machen? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Ey, ohne Witz verstehe ich jetzt echt nicht. Äh, ich gehe nochmal diesen einen Weg entlang. Vielleicht ist da unten irgendetwas. Ich weiß echt nicht, wofür dieses Färbeding gut ist. Was macht das eigentlich mit mir? Bevor ich mich da, äh, kreuz und quer irre. Moment. Okay, offensichtlich brauche ich diesen scheiß Färbeding für dieses eine blaue Ding, was da unten ist. Hier. Das Fieder. Okay. Ich habe einen Schlüssen gefunden. Yay. Dafür war das also gedacht. Okay, verstehe. Alles klar. Und dann rauf. Welche der Türen soll ich denn jetzt aufschließen? Ich weiß jetzt gerade nicht. Nehmen wir erst mal das da. Hoffentlich war das korrekt. Aua. Anscheinend nicht so. Dann bin ich gleich wieder da. Vielleicht kann ich auch die andere. Nö, kann ich nicht. Na gut. Mach ich mich mal hier rot. Jetzt dürften die mir ja nichts antun. Jawohl. Hehe. Ja, am Säue. So, jetzt werde ich blau. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ich kann das Vieh von hier aus kaputt machen. Das dauert jetzt nur eine Ewigkeit. Oh, das ist weg. Gott sei Dank. Habe ich genug mit diesen Scheißviechern? Hm. Hm. Was ist passiert, wenn ich... Ah. Also hier geht's komplett um Farben. Das ist cool. Also, das ist echt geil gemacht. So, dann sag ich jetzt erstmal das was von meiner Seite. Hinterlass, ne Bewertung, egal ob positiv, negativ. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys. the Neue. Bye. Peace. Bye. See you. Untertitelung des ZDF, 2020